Hallo Jungfrau, willkommen bei deinem Dezember-Urakel. Du bist bei den Astro-Antwort-Impulsen. Mein Name ist Anne Dellmann. Ich, noch nicht zu Ende gesprochen, freue mich, dass du da bist. Das nehmen wir jetzt mal als Hauptenergie. Ja, ich sage es immer dazu, liebe, liebe Leute, bleibt immer in der Selbstverantwortung. Niemals glauben, dass ein kollektives Orakel, eine kollektive Legung tatsächlich ausnahmslos in allen Punkten für jeden Menschen zutrifft. Ich merke das immer an giftigen Kommentaren, für die ich mich trotzdem bedanke, dass manche Leute sich zu sehr triggern lassen. Bitte nicht. Nimm nur das mit, was für dich passen und stimmig ist und den lässt du weiterziehen. So, wir haben hier schon zwei Hauptenergien bekommen und jetzt schauen wir mal weiter. Wir legen jetzt einmal den zwischenmenschlichen Bereich aus, einmal den 3D-Bereich. Das sieht ja schon mal ausgewogen aus. Die zweite Woche, die dritte Woche, vier Energien auf der dritten Woche. Was ist bei euch los, liebe Leute? Weil die dritte Woche ist ja die, wo es ja dann auf Weihnachten den Jahres, nee, die Weihnachten zugeht. Und hier haben wir die vierte Woche. Ich weiß nicht, warum die Energien sich da immer so bündeln im Moment. Einfach wahrscheinlich, weil die Leute dann vielleicht nicht arbeiten, dann mehr zu Hause sind, sich mehr mit sich selber auseinandersetzen, mehr aufeinander gucken. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal weiter. Oh, oh, schon wieder drei Energien. Oh, es geht so ab bei euch, Leute. So, lasst uns starten in die legen. Wir haben den Ritter der Kelche. Der Ritter der Kelche ist eine offenkundige Bewunderung oder so etwas in der Art. Es kann hier um einen Verehrer gehen, um einen Kavalier gehen. Und ich habe hierbei in der Hauptenergie liegen, dass einige Menschen, die sich bei euch im Leben zeigen, im Rahmen dieses Dezember, was, ich zeige euch die Karte mal kurz, damit ihr die auch sehen könnt. Wir haben die sieben der Kelche. Und die sieben der Kelche ist immer so ein bisschen so eine Energie. Guck mal, diese Dame hier, die hält vier Kelche ganz fest. Das kennt sie. Das kann sie einschätzen. Aber da sind noch drei andere Kelche, die, da ist was drin. Aber sie kann, sie guckt nicht so richtig dahin. Das heißt, sie kann nicht so richtig einschätzen, was in den anderen Kelchen drin ist. Und die sieben der Kelche kann manchmal dafür stehen, dass man sich fragt, ob man sich in einer bestimmten Sache Illusionen macht. Ja, vielleicht gibt es für dich eine Person, die dir offensichtlich Avancen macht, wo du aber nicht so richtig weißt, ist das nur eine Illusion? Oder kann ich hier tatsächlich mein Herz öffnen? Oder muss ich meine vier Kelche hier festhalten, damit ich nicht, das hält dir ja vor das Herz hier, dieser Engel. Schau mal. Genau. Und das ist immer so ein bisschen, dass man sich fragt, ob es eine Illusion ist. Auf der anderen Seite, was mir gerade auch noch in den Sinn kommt, es könnte auch um eine Vision oder um die Vision eines sozialen Projektes gehen. Vielleicht bekommst du auch mit diesem Themenbereich im Dezember etwas zu tun. Weil die sieben der Kelche ist nicht nur schlecht, die steht manchmal für Illusionen, für Luftschlösser, die steht aber auch manchmal für die Vision von etwas, was man erschaffen möchte. Und beim Ritter der Kelche ist das meistens ein soziales Projekt oder so etwas, etwas Karitatives. Ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich nicht für alle hier in diesem Kollektiv, muss man mal schauen. Alles kann, nichts muss, liebe Leute. Bitte vergesst das niemals bei kollektiven Legungen. So, schauen wir mal hier in das Zwischenmenschliche. Es sieht so aus, liebe Jungfrau, dass du Blockaden aufgebaut hast im Laufe der Zeit. Wir haben hier die Zehen der Stäbe. Und guck mal, das ist ein Zaun, ja, oder soll ein Zaun sein. Und dieser Zaun ist eine Abgrenzung. Und ich könnte mir vorstellen, weil das hier, deswegen, weil wir das gerade hier schon in der Hauptenergie gehabt haben, es kann sein, dass du ein Trau, ähm, nein, ein, jetzt wollte ich alle drei Worte auf einmal sagen, einen Zaun aus Misstrauen aufgebaut hast aufgrund vergangener Erfahrungen. Und weil du denkst, dass so Verehrung oder so etwas Bewunderung, Verehrung vielleicht eine Illusion ist. So möchte ich es am ehesten sagen. Weil das passt jetzt hier sehr, sehr gut zusammen. Als wenn man nicht mehr so richtig an einen Kavalier glauben würde, ne, weil man denkt, naja, man hat im Laufe der Zeit, ähm, einfach Fensters aufgebaut, einfach Zäune aufgebaut, aufgrund seiner Erfahrungen. Das ist im gewissen Sinne ja auch normal. Aber wir müssen dann schauen, dass wir irgendwann mal auch wieder über den Zaun drüberhupfen und nicht uns selber einsperren damit. Fragen wir mal die Orakelkarten, was die uns jetzt sagen mögen. Hier haben wir aber Familienthemen. Das kann bei einigen Leuten auch wieder darum gehen. Familienthemen in diesem Orakel, bei diesem Liebesorakel, deutet leider Gottes auch immer gerne auf Wunschpartner gegenüber hin, die gebunden sind, die erstmal, oder die noch Themen haben nach einer Trennung. Ja, das muss ja jetzt nicht unbedingt der klassische Dreier sein, über den man hier spricht, sondern auch wenn man sich von einer langjährigen Beziehung eher trennt, bleiben ja auch Themen. Und diese Themen, die müssen ja auch bearbeitet werden, weil man sonst gar nicht frei ist für eine Verbindung. Es kann aber, leider Gottes kriege ich das so rein bei euch, vielen von euch sein, dass es hier um einen Wunschpartner gegenüber geht, der euch zwar deutlich, der auch sehr konkret, oder die sehr konkret, mit, egal ob Mann oder Frau, hier Emotionen rüberbringt. Ihr aber doch euch denkt, okay, da mache ich mir doch komplett vergeblich Hoffnungen, da kann ich mich doch nicht drauf verlassen. Und es kann sein, dass im Dezember etwas passiert bei dieser Person, wo diese Familienthemen endlich durchbrochen werden. Ja, dass sich da tatsächlich was ganz Reelles tut, damit diese Themen aufgearbeitet werden. Ja, was eben da ist, dass dieser Kavalier, diese Person, ich vermute mal, dass ihr nach dem Ritter der Kelche noch nicht mit dieser Person tatsächlich in einem näheren persönlichen, körperlichen Kontakt steht, sagen wir es mal so, weil das passt hier nicht zusammen. Aber ich habe hier einen Hinweis darauf, dass dieser Kavalier, um den es hier geht, liebe Leute, auch Soulmate sein könnte. Wir haben aber noch keinen Beleg, dass es ein Soulmate tatsächlich ist. Ja, es steht zwar hier, es ist ein Soulmate, aber ein Seelenpartner, es gibt ja auch andere Partner, es gibt karmische Partner, es gibt Dualseelen. Und die Dualseelen sind in der Regel kein Spaß, weil sie nicht zusammen sein können, weil es geht auch nicht. Aufgrund der Spiegelstruktur, die Dualseelen haben, können sie nicht zusammen sein. Hier wird auch immer im Esoterikbereich einiges durcheinander geschmissen. Aber das ist ein anderes Thema. Ein Seelenpartner, mit dem schwingt man immer auf einer Ebene. Schauen wir jetzt mal ins 3D. Wow, da sieht es nach Durchsetzung, nach Fortschritt aus. Vielleicht hast du in diesem Jahr, liebe Jungfrau, sehr hart gearbeitet. 3D kann sein, Selbstständigkeit. Ja, wenn du im Ruhestand bist, weil einige haben sich beschwert, weil ich bin im Ruhestand, ich habe kein Interesse an Liebe, ich habe kein Interesse an Beruf. Ja gut, ich rede meistens darüber, weil die meisten Leute daran Interesse haben. Ja, aber es kann zum Beispiel auch ein neues Hobby sein. Ja, oder ein Hobby, das dir Schwierigkeiten gemacht hat, wird jetzt erfolgreich. Was auch immer. Es sieht auf jeden Fall hier im 3D-Bereich nach einem Sieg aus für dich. Sieg, vielleicht hast du Streit mit Nachbarn und dieser Streit wird jetzt endlich beigelegt. Oder solche Sachen. Das kann alles Mögliche sein. In der Arbeit wird es auf jeden Fall gut klappen, egal ob du jetzt selbstständig bist oder ob du für eine Firma arbeitest. Sieht schon mal gut aus. Wir haben hier in der ersten Woche im Dezember die Fiat der Kelche. Und in der ersten Woche im Dezember könntest du so ein bisschen mit Leuten zu tun haben, die mit nichts zufrieden sind, die das Leben nicht genießen, obwohl sie alles haben, was sie brauchen. Oder du selber könntest so eine Anwandlung von Unzufriedenheit haben. Und die Frage wäre jetzt für mich, was macht dich denn in der ersten Woche unzufrieden? Ich will jetzt nicht sagen, die Fiat der Kelche hat nichts damit zu tun, dass es einem emotional schlecht geht. Es ist nur so ein Gefühl, ja eigentlich geht es mir gut, aber ich habe das Gefühl, dass irgendetwas fehlt. Und es kann natürlich auch sein, dass du deswegen dieses Gefühl hast, guck mal, hier haben wir die vier der Kelche, hier haben wir die sieben der Kelche, dass du emotional ein paar kleine Hürden aufgebaut hast und nicht mehr so richtig, ja, wir erleben ja alle hin und wieder Schlappen im Leben, aber es kann durchaus sein, dass du wieder neu in die Lebensfreude musst. Aber ich gucke erst mal, was dich da so langweilt oder unzufrieden macht. Einmal noch, Energien dafür bitte. Was ist hier los? Oh, jetzt haben wir die Engel hier liegen. Ja, Hinweis ist bei den Zusatzkarten hier, mystischen Ländermann, dass du Kontakt zu deinen Engeln aufnehmen sollst oder deine Engel um Hilfe bitten musst. Vielleicht bist du auch einfach erschöpft, ja, es kann sein, dass du viel gearbeitet hast. Oder, was ich auch reinbekomme, was ich hier auch rausspüren kann, ist, dass dieses Gefühl von Langeweile oder Unzufriedenheit gar nicht dein eigenes ist, sondern aus dem Energiefeld deiner Umgebung kommt. Das bitte ich dich zu bedenken, denn eigentlich sind die Sachen für dich gut, aber du stehst dir im Dezember vielleicht sogar ein bisschen selbst im Weg, was aber nur menschlich ist, wenn man schon mal Schlappen erlebt hat, dann ist das immer sehr, sehr schwierig, Vertrauen zu fassen, gerade wenn man auch in der Liebe neu anfangen muss. Kann natürlich auch sein, dass du selber erst mal Familienthemen heilen musstest, damit es wieder vorangeht. Vielleicht weisen dich auch die Engel darauf hin, ich musste gerade mal einen Moment in mich reinhorchen, weisen dich die Engel darauf hin, dass du etwas gegen eine gewisse Lethargie und Langeweile und Unzufriedenheit unternehmen musst, weil wenn man viele Erfahrungen macht und dann anfängt, sein Herz zu verschließen, Angst davor zu haben, einer Illusion zu verfallen, dann kann sowas auch mal ein Selbstläufer werden. Was ich dir noch sagen darf, liebe Jungfrauen, dass eine liebe verstorbene Person aus deiner Familie über dich wacht. Und zwar ganz besonders hier in dieser Zeit im Dezember. Schauen wir auf die zweite Woche. Komisch, ich fasse es jetzt nicht. Bevor ich die Kamera angemacht habe, ist diese Energie rausgefallen aus dem Deck. Ja, da hatte ich noch gar nicht die Kamera an und die Legung noch gar nicht richtig vorbereitet und jetzt ist das hier rausgefallen. Und diesen Kumpel kennen wir sehr gut, das ist nämlich der Teufel. Und den sehe ich am allerwenigsten gerne hier, gerade in der Dezember-Legung, wo wir hier Advents- und Weihnachtszeit haben. Der Teufel, was will der uns hier sagen? Ich nehme dazu mal zwei Decks. Der Teufel gefällt mir hier nicht. Was, wofür steht der Teufel? Der Teufel steht, wir haben hier Weihnachtsgeschäft, ja, also bitte vorsichtig, was ihr kauft. Manipulation, das ist auch manchmal so eine sehr manipulierende Werbung, die damit gemeint sein kann. Guckt, dass niemand eure Daten manipulieren kann, weil alle wittern immer zu Weihnachten das große Geschäft, wissen wir ja. Pass also bitte auf deine Daten auf, ja. In der Liebe, was könnte das bedeuten? Wenn du neue Leute kennenlernst, liebe Jungfrau, dann achte bitte darauf, dass du diese Leute erstmal näher kennenlernst. Gib keine Daten raus an Leute, die du noch nicht so gut kennst. Was hat der Teufel hier in unserer Weihnachtslegung zu suchen? Ich will den nämlich hier nicht haben, aber er ist da. Und jetzt fällst du oder sie als Hauptperson. Ja, es kann eine Hauptperson sein. Eine Hauptperson, Hier geht es auf jeden Fall um eine Hauptperson. Und wenn du jemanden kennenlernst, und das ist hier eine deutliche Warnung der Karten, liebe Leute, liebe Jungfrauen, dann solltest du diese Person auf jeden Fall besser kennenlernen. Also bei ganz neuen Personen immer ein bisschen aufpassen. Ja, also es wird schon wieder herausfordernd, liebe Jungfrauen, aber ich sage nochmal, weil letztens hat sich jemand über die Krebslegung für das Jahr 2025 beschwert. Auch wenn die Legung herausfordernd ist, dann heißt das doch nicht, dass das ein schlechtes Jahr wird. Das heißt, es gibt viele Erfahrungen zu machen. Ihr dürft bitte diese Tarotgeschichte nicht falsch verstehen. Das sind Impulse, das sind Prognosen, das sind Hinweise. Und wir haben aber trotzdem jederzeit unser Schicksal in der Hand. Bitte vergesst das nicht, liebe Leute. Ich bin doch immer wieder erstaunt, wie oft man das sagt und wie oft die Leute das vergessen. So, wir haben hier den Ritter der Schwerter in der dritten Woche im Dezember, die Königin der Münzen. Dann haben wir hier die Stärke und das Ass der Stäbe. Also, liebe Jungfrau, ich kann dich jetzt hier schon mal beruhigen. Du, es gibt ein paar Schwingungen, die sind um dich und die könnten auch ein bisschen herausfordernd sein. Ich habe hier einmal in der ersten Woche diese Schwingungen, wo du vielleicht manchmal selber gar nicht weißt, warum fühle ich mich jetzt so gelangweilt, so unzufrieden. Hier kann es durchaus sein, dass hier Schwingungen um dich rum sind in deinem Umfeld oder Schwingungen in deinem Feld, die niedrig angesiedelt sind, also niedrigschwellige Schwingungen. Und dafür spricht auch der Teufel. Also, die ersten zwei Wochen im Dezember solltest du nicht unbedingt allem vertrauen, was du emotional fühlst und du solltest auch gerade neuen potenziellen Partnern nicht vertrauen. Immer erst mal näher kennenlernen. Einige von euch könnten auch jemanden treffen, der jetzt super Kavalier ist, aber vielleicht nur Kavalier ist deswegen, weil irgendwas anderes zu Ende gegangen ist oder weil man sich ablenken möchte. Das muss ich auch noch dazu sagen. Aber, liebe Jungfrau, ich habe hier so starke Energien. Von deiner Seite, Ritter der Schwerter bedeutet immer, du lässt dir nichts gefallen und was hier nicht in dein Leben gehört, wird sofort thematisiert und ausgemerzt. Ja, und du hast also extrem viel Durchblick und das heißt, mit dem Ritter der Schwerter verkehrst du alles hier aus deinem Feld, was nicht gut für dich ist. Und hier haben wir nämlich die Königin der Münzen, liebe Jungfrau, das bist du, stark, eigenständig, auch selbstgenügsam, zufrieden im Leben, unabhängig, warmherzig, wohltätig. Ja, du hast die Dinge im Griff und alles, was unter deinem Stand ist, liebe Jungfrau, das hat bei dir gar keine Chance. Ja, du hast die unheimliche Stärke, du weißt niedrige Energien aus deinem Leben zurück und schon haben wir deine wunderbare Weihnachtsstimmung, liebe Jungfrau und du wirst in der dritten Woche im Dezember eine wunderbare Idee haben, etwas Bestimmtes zu tun. Frag mich jetzt bitte nicht, was es ist. Es ist auf jeden Fall, es kann alles möglich sein, etwas zu tun, etwas zu kreieren, irgendwo hinzugehen, etwas zu erschaffen, was auch immer, liebe Jungfrau. Also, es ist eine Monat der Selbstbehauptung, ja, das ist wie so eine Selektion, habe ich hier das Gefühl bei dir, dass hier irgendjemand, irgendwas wird aussortiert, umsortiert in deinem Leben und warum ist das so? Weil wir sind ja jetzt sehr, sehr stark geprüft worden, weil wir haben immer noch unseren hochgeschätzten Saturn rückläufig und zwar bis zum 16. November, 15. 16. November und dann wird er wieder vorwärtsläufig, das heißt, wir alle sind durch viele karmische Prüfungen gegangen und jetzt können wir wieder vorwärts gehen, aber jetzt müssen wir das, was wir ja in der Reflexion uns gedacht haben, auch tatsächlich durchführen. Wir haben auch bald wieder einen rückläufigen Merkur, ja, und das fällt mir gerade noch ein, weil der rückläufige Merkur kann auch unseren nervlichen Zustand beeinflussen, das heißt, wir haben kürzere Nerven als sonst und es ist keine gute Zeit für Verträge oder Käufe von großen Sachen, Häuser, Transaktionen im finanziellen Bereich und so weiter. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Vierte Woche haben wir dich hier in tiefster Ruhe, im tiefsten Ratio liegen, also in der absolut erhabenen Ratio, haben wir dich jetzt in der Weihnachtswoche liegen. Ja, du hast alles im Griff, du stehst über allen Dingen, dir kann auch keiner was vormachen, du weißt genau, wer du bist, was du wert bist. Kann auch sein, dass einige von euch verbringen Weihnachten bei ihrer Mutter oder sowas in der Art, steht auch eine Mutter, was auch immer. Und wir haben ja auch in dieser Woche, wir hatten hier gerade schon wieder einen Ass, wir haben das Ass der Stäbe und jetzt haben wir in der vierten Woche auch noch das Ass der Münzen. Also dadurch, dass du so grandios deine Prüfungen bestehst, liebe Jungfrau, bekommst du irgendwie in den letzten beiden Dezemberwochen eine Chance. Eine Chance hat viele Gesichter und eine Chance ist nur eine Chance. Das bedeutet noch nicht, dass man dir etwas auf dem Silbertablett liefert. Chance heißt, vielleicht siehst du eine Anzeige, vielleicht läuft dir jemand über den Weg, vielleicht, ja was weiß ich, findest du irgendetwas oder man übermittelt dir eine Botschaft. Also die Asse sind mit eine der schwierigsten Energien, weil sie noch nicht fassbar sind. Und wir müssen immer schauen, dass wir diese Chancen, die wir eigentlich vom Universum bekommt, nicht übersehen. Was haben wir hier? Ja, und das bestätigt eigentlich das, was ich genau eben hier die ganze Zeit gesagt habe. Wir haben hier die Fünf der Schwerter. Die Fünf der Schwerter ist das Zerstören, also das können auch zerstörerische Gedanken oder Kräfte sein. Und die machst du kaputt, liebe Jungfrau. Und das ist gut so. Sehr, sehr gut. Und was haben wir hier? Den Frieden. Die Zweier stehen für die Passivität, für den Frieden. Das heißt, du bist aufgefordert. Und das habe ich ja eben schon mal gesagt und das haben wir ja hier auch in der dritten Woche thematisiert. Was deinen Frieden stört, muss ausgemerzt werden und du kommst komplett raus aus diesem Drama, was man manchmal so hat im Leben. Man riecht sich über das auf, man riecht sich über das auf. Da gehst du raus. Du lässt dich auf dieses tägliche Drama gar nicht mehr ein, sondern alles, was deinen Frieden stört, wird hier gnadenlos Kämpfe, Machtkämpfe, Konflikte, die nicht sein müssen, irgendwelche Streitereien, die immer wieder zu irgendwas führen, dass man sich nicht wohlfühlt. Es fliegt alles raus, liebe Jungfrau. Und zwar deswegen, weil du es hinkriegst. Ja, liebe Jungfrau, ich bin beeindruckt. Bitte pass gerade besonders in der zweiten Woche auf, pass mit ganz neuen Leuten auf, wo man noch nicht so viel darüber sagen kann, über die man noch nicht so viel weiß. Also bleibt da ein bisschen in Habachtstellung. Es könnte aber durchaus sein, dass Leute ein Gegenüber Wunschpartner, mit dem ihr länger zu tun habt, dass es jetzt endlich zu einer Lösung kommt. Es sind viele Faktoren, die hier einwirken. Aber in den ersten beiden Wochen, ich muss dich noch mal darauf hinweisen, sind hier ein paar niedrige Energien in deinem Feld, da musst du aufpassen. Liebe Jungfrau, wenn dir die Legung gefallen hat, lass mir ein Däumchen da oder auch ein kleines Abo. Ich wünsche dir einen wundervollen Dezember, wundervolle Weihnachten und einen wundervollen Rutsch ins neue Jahr und bleib mir bitte schön gesund. Mach's gut! Dezember